Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 19 und zwar für die Handelstage 7.5. bis 11.5.2018. Wir wollen wie gewohnt auf die Märkte DAX, DAO, S&P, Euro, S$, britischer Fund, Gold und auf die Ölsorten brennt und WTI hier eingehen. Aber ganz wichtig erstmal vorab zu beachten, ihr könnt hier unten in der Videobeschreibung die Märkte sehen und dahinter die Zahlen, die Uhrzeiten bzw. die Minuten und Sekunden, wann dann die entsprechende Analyse zu den Märkten beginnt. Also wer zum Beispiel nur den Euro-S-Dollar sich anhören möchte, der kann hier entsprechend dahinter auf die Zeit klicken und dann rutscht man im Video automatisch zu dieser Stelle. Man muss sich nicht vorab DAX, DAO und S&P zum Beispiel anhören oder wer sich nur das Gold anhören möchte, der klickt hier einfach auf die Zahl hinter Gold und landet dann entsprechend im Video bei der entsprechenden Zeit. Ich würde mich zudem freuen, wenn ihr hier dem Video natürlich einen Daumen hoch gebt und wenn ihr hier unten in der Kommentarzeile mal reinschreibt, wie euch das Video gefällt, Verbesserungsvorschläge, was möchtet ihr vielleicht noch zusätzlich sehen, was ist gut, was ist schlecht, um hier natürlich auch den Service für euch zu verbessern. Also hier gebt gerne mal einen Kommentar zu diesem Video ab, bevor wir dann aber auch endgültig jetzt starten. Der Risikohinweis natürlich. Lest euch diesen bitte durch. Achtet prinzipiell darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße an euer Konto anpasst. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Da könnt ihr noch diverse Fragen beantwortet bekommen. Und auch ganz wichtig zu beachten, all das, was ich hier sage, ist definitiv nicht als Handelsempfehlung zu werten, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zum eigenen Trading, zur eigenen Analyse, um hier eben vielleicht mal den ein oder anderen zusätzlichen Gedanken mit aufzuschnappen. Schauen wir uns dann auch vorab erstmal noch die Wirtschaftskennzahlen für die kommende Woche an. Und wir sehen, dass hier erstmal für uns, also für die Europäer, sprich DAX, erstmal gar nicht so viel rauskommt. Lediglich hier am Donnerstag Zahlen aus den USA, die die Märkte etwas, beziehungsweise Dow Jones, S&P und DAX hier natürlich dann auch etwas bewegen könnten. 1, 2, 3, Verbraucherpreisindex aus den USA. Donnerstag 14.30 Uhr. Ansonsten hier Montag in der Nacht Bank of Japan kommt was raus. Dann am Dienstag hier nochmal Japan, Australien. Entsprechend dann zu den Währungen, britischer Fund am Donnerstag, diverse Zahlen hier, Zinsentscheidung, Bank of England und so weiter. Also das sind für die einzelnen Währungen, ist das natürlich wichtig für den DAX, für den Dow, für den S&P, sind diese Zahlen hier, Zinsentscheidung aus England zum Beispiel, ist jetzt für den DAX und für den S&P und für den Dow nicht ganz so wichtig. Aber natürlich für den britischen Fund, Neuseeland-Dollar, japanischer Yen und hier unten kanadischer Dollar. Also am Freitag dann 14.30 Uhr auch nochmal wichtig zu beachten. Aber summa summarum muss man sagen, dass in der vergangenen Woche die Non-Farm-Payrolls und auch die Fettzinsentscheidung die Märkte nicht nennenswert bewegt haben. Da gab es schon mal Zeiten, wo die Märkte entsprechend stärker, volatiler auf die Zahlen reagiert haben. In der vergangenen Woche relativ wenig. Somit gehe ich prinzipiell davon aus, dass auch hier die Reaktionen, gerade was DAX, S&P und Dow Jones entsprechend betrifft, hier gar nicht so gravierend eben ausfallen sollten. Von daher schauen wir uns oder starten wir natürlich mit dem DAX. Und der DAX ist einer extremst wichtigen Marke, die wir in der vergangenen Woche des Öfteren angesprochen haben und als ein realistisches Ziel von meiner Seite eben auch genannt wurde, der Bereich 12.850. Da ist der Markt direkt zum Freitagsschlusskurs nahezu herangelaufen, hat auch in diesem relativ hohen Niveau im Verhältnis für die vergangene Woche geschlossen. Wir gucken uns ja gleich auch den Dow Jones an, der ist verhältnismäßig schwach. Der ist zwar auch Donnerstag, Nachmittag und Freitag enorm gestiegen, also hat schon so eine kleine Rallye hingelegt, aber trotzdem hat der DAX hier aktuell noch die Nase vorn. Und warum ist das so? Moment, ich nehme mal mein Zeichenwerkzeug. Wir haben hier dieses Widerstandsniveau um die Marke 12.850. Moment, ich nehme mal den Kreis. Das ist dieser Bereich hier, wo wir des Öfteren angesprochen haben, dass der Markt hier diverse Tiefs gefunden hat in diesem Bereich. Und ich eben neben den Zielen dieses Tiefs und der anderen Tiefs hier eben den 850er Bereich ziemlich im Fokus hatte für das Ziel auf der longen Seite und der Markt eben wie gesagt da auch relativ genau herangelaufen ist. Zusätzlich kommt es noch, dass der Bereich hier, dieses Widerstandsniveau, dass das der Schlusskurs 2017 bzw. Eröffnungskurs 2018 ist. Und der Markt, der dann, das wissen wir, danach erst mal zum Anfang des Jahres hier nochmal gestiegen ist, der Dow Jones verhältnismäßig viel, viel stärker war, somit dann hier auch der Rutsch nach unten etwas stärker im Dow Jones ausgefallen ist. Aber wichtig hier, Widerstandsniveau 850, Schlusskurs 2017, Eröffnungskurs 2018. Also hier rein psychologisch auch auf über, über, übergeordneter Ebene ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und somit muss man diesen Punkt auch für die kommende Woche definitiv hier mit im Auge haben. Wir werden uns gleich in der Dow Jones Analyse anschauen, dass der Dow Jones verhältnismäßig noch viel, viel tiefer hängt. Und zwar hängt der noch nicht an diesem Schlusskurs 2017, Schrägstrich Eröffnungskurs 2018 dran, sondern ist verhältnismäßig noch ziemlich weit tief unten und hat hier noch ein Stück bis zu diesem Kurs abzuarbeiten. Somit ist hier wirklich eine Divergenz definitiv vorhanden. Der DAX eigentlich definitiv in der Long-Richtung unterwegs. Das ist klar. Der DAX hat auch in den letzten Wochen hier eben einen Long-Trend ausgebaut. Der Dow Jones noch scharptechnisch eher auf der Abwärtsseite unterwegs. Und das sollte man auf jeden Fall auch in der kommenden Woche definitiv mit berücksichtigen. Aber was sollte hier in der kommenden Woche möglich sein? Zum einen sieht man ja hier, dass der 850er Bereich wichtig ist bzw. wichtig war auch in der Vergangenheit und leicht drüber im Bereich 12.900 nochmals ein Widerstand kommt. Ihr seht diese graue Zone, die wir hier mal vor einiger Zeit eingezeichnet hatten. Das ist dann der letzte oder der Bereich September, Oktober 2017, dann auch Ende 2017, Anfang 2018 war dieser Bereich eben wichtig und der sollte auch in der Zukunft wichtig werden bzw. wichtig sein. Und hier bis 900 hoch. Also wir haben hier von 850 bis 900 noch so ein bisschen Puffer erst mal. Also somit durchaus denkbar, dass der DAX hier diesen kleinen Bereich nach oben, diese 50 Punkte auch erst mal nochmal abarbeitet. Das wäre zum Beispiel denkbar mit dem Eröffnungskurs um 8 Uhr, dass wir vielleicht schon gen Norden nochmals so ein wenig gehen und der Eröffnungskurs vielleicht hier schon in diesem Widerstandsbereich stattfindet. Moment, ich zeichne das auch hier nochmal ein. Also dass wir hier vielleicht am Montag um 8 Uhr, Moment, hier mal den ganz dicken Stift, dass wir hier vielleicht mit so einem kleinen Gap nach oben eröffnen. Und somit dann, weil dort wirklich starker Widerstand kommen sollte, es denkbar ist, dass der Markt erst mal in eine Konsolidierung übergeht. Und das ist auch das Szenario, was ich erst mal so ein bisschen im Kopf habe, dass der Markt eben aus diesem hohen Bereich erst mal so ein bisschen zurückkommen kann. Man darf nicht vergessen, wir haben in der vergangenen Woche hier eine enorme Rallye aus dem 350er Bereich in den 850er Bereich gesehen. Also ganze 500 Punkte, die wir hier in einer verkürzten Handelswoche absolviert haben, das ist eine doch nicht unverhältnismäßig große Bewegung. Und man muss jetzt eben auch mal in der Vergangenheit schauen, dass eben die generellen Aufwärtsbewegungen hier zwar mal etwas länger waren, aber generell immer mal wieder dann auch eine Konsolidierung eingetreten ist. Und dadurch, dass wir hier Widerstand haben, dadurch, dass es echt schwierig werden wird, für den DAX hier wirklich in einer Linie durchzugehen, auch weil die Amis erst mal noch abwärts tendierend sind, ist es durchaus denkbar, dass wir hier eine Konsolidierung sehen. Ich sehe für mich persönlich als sehr, sehr wichtiges Unterstützungsniveau für diese Konsolidierung den Bereich 12.650. Und zwar ist das der Bereich, wo wir vergangene Woche dann gesprochen haben, dass dieser Ausbruch über diesen Bereich 650 durchaus dazu führen kann, dass wir Richtung 850 laufen. Und wir dann eben auch hier darauf gesetzt haben, dass dieser Durchbruch stattfinden kann. Und hier eben des Öfteren ein Deckel erst mal drauf war auf diesem 650er Bereich. Der resultiert hier aus diesem Bereich hier vorne. Das war Anfang Februar. Da kamen wir auf diesen Bereich, denn wir hatten diesen Bereich dann auch hier vorne als Zielbereich. Also schon des Öfteren auf dem Schirm. Und somit wäre das auch für mich erst mal für die Konsolidierung so der maximale Weg, der nach unten eigentlich absolviert werden sollte. Es kann durchaus sein, dass der Markt gegebenenfalls, wenn die Amis dann auch stark sind, schon vorher wieder nach oben abdreht. Das ist durchaus denkbar. Aber es ist durchaus auch denkbar, dass wir in Richtung 650 laufen, um dann an diesem Unterstützungsniveau wieder eine Kehrtwende zu machen. Und wir sehen ganz eindeutig, dass eben gerade auch in dieser aktuell laufenden Aufwärtsbewegung, wenn wir das jetzt nochmal fettgrün machen, dieser Weg nach oben, dann hier diese Konsolidierung, der nächste Weg nach oben, Konsolidierung ins Unterstützungsniveau, Ausbruchsniveau, altes Hoch und nächste Welle nach oben. Wobei hier nicht vergessen, diese Tiefs ist Widerstand. Also hier dieser gerade Rutsch nach oben, so wie wir das in der vergangenen Woche hier gesehen haben. Ich bin erst mal vorsichtig. Auch der 13.000er Bereich, ich sage mal, das ist definitiv denkbar. Ob wir das jetzt vielleicht schon kommende Woche sehen, das müssen wir mal schauen. Wir dürfen auch hier nicht vergessen, Donnerstag ist hier Christi Himmelfahrt. Also wieder ein kleiner Feiertag, wo die Börse zwar offen hat, aber der eine oder andere Händler mal wieder ein verlängertes Wochenende machen könnte. Somit hier würde ich erst mal gar nicht großartig höher als 13.000 an oder als Ziel nehmen. Und durchaus denkbar, dass wir uns hier in diesem Bereich 850 bis 650 erstmal in der kommenden Woche aufhalten. Vielleicht dann wieder Kraft tanken, um dann eben den nächsten Schub nach oben zu sehen. Dafür müssen aber die Amis auch definitiv auf der Aufwärtsseite erstmal pushen. Das gucken wir uns ja gleich an. Sollten wir allerdings hier unter den 650er Bereich rutschen, dann ist hier erstmal so ein bisschen Vorsicht geboten. In Richtung 500 bzw. 450 wissen wir, dass der Markt sich des Öfteren hier seitwärts tendierend aufgehalten hat. Hier erstmal so ein bisschen Kraft tankte in diesem Bereich hier vorne. Das war der Bereich, wo wir so Kraft getankt haben durch eine Seitwärtsschiebezone, um dann eben den Weg nach oben zu schaffen, den Druck nach oben eben hier zu bekommen. Und somit ist es denkbar, dass wir erneut in dem Bereich 650 bis 500 so ein bisschen uns seitwärts hier pendelnd ausbewegen oder pendelnd bewegen. Somit hier über oberhalb von 650 erstmal der Rutsch in die Richtung und dann wieder die Longseite, darunter erstmal Vorsicht. Dann kommt ja auch zwischen 500 und 350 hier diese Schiebezone, die wir des Öfteren angesprochen haben. Somit muss man dann hier eben schauen, dass dann unter 650 der Rutsch Richtung 500 denkbar ist. Dann eben dort wieder der Gedanke des Aufwärtstrends kommt, beziehungsweise erstmal wieder von 500 in Richtung 650. Klassisch Seitwärtstrend, Seitwärtsstrategien. Dann eben ebenfalls seitwärts 500 bis 350. Da müsste man dann auch schauen, dass man entsprechend guckt, dass man hier eben mit ein bisschen Vorsicht rangeht. Und erst unter 350 wird es eigentlich rein trendtechnisch, wird es dann interessant oder ist der Trendvorteil gegebenenfalls dann wieder etwas stärker auf der Abwärtsseite und ist der Rutsch Richtung 200 und dann Richtung 12.000 definitiv denkbar. Aktuell sehen wir aber, wenn wir aus dem 850er Bereich kommen, mit dem Gedanken, wir haben eine verkürzte, in Anführungsstrichen verkürzte Handelswoche und mit so ein bisschen Brückentag, dass jetzt hier sofort der Rutsch Richtung 12.000 stattfindet aus dem 850er Bereich. Wir sind aufwärts tendierend und so weiter. Sehe ich erstmal nicht als realistisch. Also höchstens, wenn wir hier den 650er Bereich wirklich nach unten durchschreiten sollten, dass wir hier irgendwo in den Seitwärtszonen hängen bleiben. Das werden wir uns natürlich jeden Tag dann in den Livestreams entsprechend anschauen. DAX Long oder Short und auch US Opening Bell gehe ich ja dann immer auf dieses Big Picture, was ich hier in der Trading Wochenanalyse im Prinzip betrachte, ein. Aber das ist so die grobe Analyse für den DAX. Und wie gesagt, so 13.000, so ist eigentlich so das obere Maß der Gefühle von meiner Seite aus. Denn wir schauen uns das jetzt an. Der Dow Jones ist eben noch abwärts tendierend unterwegs. Da gucken wir auch gleich drauf. Dow Jones. Also, wenn wir hier nochmal zusammenschieben, ebenfalls der 4-Stunden-Chart. Jetzt muss ich hier allerdings mal kurz gucken. Ich glaube, das war das hier. Das war dieser Unterstützungsbereich bzw. Widerstandsbereich. Hier vorne in etwa, nagelt mich jetzt nicht auf den exakten Kurs fest, aber das sollte hier so dieser Bereich sein. Schlusskurs 2017, Eröffnungskurs 2018. Dann sehen wir, dass der DAX, das habe ich ja auch gerade eben gesagt, dass der Dow Jones hier dann nochmals die Aufwärtsreise vollzogen hat in Richtung immer wieder neuer Allzeithochs, neuer Allzeithochs. Und der DAX, der eigentlich mehr oder weniger nur seitwärts pendelt, mit einer leichten Aufwärtstendenz, also hier dann der Dow Jones etwas stärker war oder relativ doll stärker war, dann aber der Rutsch nach unten auch dementsprechend etwas stärker ausgefallen ist. Und wir sehen das aktuell, dass hier mit dem aktuellen Schlusskursniveau, Moment, im Bereich 24.290 oder sage ich mal grob gesagt 24.300 und dann hier diesen Schlusskursniveau des 2017er Jahres und Anfangs- oder Eröffnungskursniveau 2018er Jahres im Bereich 24.800, dass hier eben noch ein bisschen wegfrei ist. Und somit der Dow Jones verhältnismäßig, Moment, das sollte jetzt kein Kreis werden, sondern ein Pfeil, dass der Dow Jones im Verhältnis zum DAX erstmal noch Schwäche zeigt. Ja, das ist hier der Schlusskurs 2017 und wir sind ja aktuell tiefer und der DAX hängt ja schon an diesem Schlusskurs 2017, Schrägstrich Eröffnungskurs 2018 dran. Da haben wir noch so ein bisschen Puffer. Hinzu kommt, dass man hier auch im Dow Jones, Moment, ich nehme die Linien nochmal raus, dann wird es ein bisschen eindeutiger, dass hier der Dow Jones aktuell noch eben auch durch Trendlinien, Trendlinien, wie auch immer man das hier zeichnen möchte, ja, Trendlinien abwärts, zeigt da im Prinzip nur, dass wir aktuell eben eine Abwärtstendenz haben. Ihr wisst, dass ich Trendlinien jetzt nicht so für extremst führbare Münze nehme, aber dennoch immer mal hin und wieder eine einzeichne. Und man sieht aktuell, dass wir fallende Hochs haben, ja. Und fallende Hochs bedeutet einfach, wir sind irgendwo noch abwärtstendierend. Hinzu kommt, dass der Bereich 24.400, den zeichne ich hier mal rot ein, ebenfalls, das ist jetzt hier in der Darstellung noch nicht ganz so eingezeichnet, aber dieser Bereich hier, 24.400, sollte eigentlich auch für die Abwärtsseite so ein bisschen der entscheidende Bereich sein. Kommen wir erneut da drüber. Und wir sehen, dass in der Vergangenheit dieser Bereich des Öfteren sehr, sehr interessant war. Immer mal wieder von der Oberseite, Moment, ja, immer mal wieder von der Oberseite herangelaufen, auch hier mal herangelaufen, hier mal herangelaufen, hier mal herangelaufen, da sind wir hier mal durchgebrochen, und dann von unten immer wieder ran in diesen Bereich, dann mal kurz über Pest. Aber wir sehen, dass dieser Bereich doch des Öfteren hier interessant war. Und somit hier, es erneut jetzt denkbar ist, dass wir hier erstmal ranlaufen, oder eben auch vorher schon mal so ein bisschen noch mal nach unten wegdriften. Und das wäre dann auch so ein bisschen die Denkweise, die ich für den DAX habe. Denn wir sind ja im DAX jetzt auch hier an einem relativ starken Widerstandsniveau dran. Und Moment, ich zeichne jetzt nochmal den 24.400er Bereich ein, um jetzt hier diesen Bereich, also in etwa, das ist in etwa hier so dieser Bereich. Und der Dow Jones könnte natürlich ebenfalls jetzt hier erstmal noch so ein Stück, Moment, blau, natürlich nochmal so ein Stück weit hochdrücken. Aber wenn wir auch hier uns die letzten Aufwärtstendenzen immer mal wieder anschauen, zack, hier, 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 dann hier. Und man lernt ja beim Trading immer so ein bisschen aus der Vergangenheit. Und wenn wir uns diese letzte Aufwärtstendenze anschauen und diese Größe der Pfeile mal so ein bisschen vergleichen, dann sehen wir, dass diese Bewegung schon relativ scharf war. Sie kam Donnerstag oder fing Donnerstag Nachmittag US-amerikanischer Zeit an, führte sich Freitag weiter fort, ja. Und es ist jetzt auch hier denkbar, bedingt einfach nur durch die Vergangenheit, bedingt auch durch dieses Widerstandsniveau 24.400, dass natürlich hier auch erstmal so eine kleine Konsolidierung eintreten könnte. Was ich auch primär dann erstmal so ein bisschen, natürlich auch mit dem Blick dann aufs kleinere Bild, auf die Tagestendenzen, auf Eröffnungskurse, Schlusskurse. Aber prinzipiell klar, wir sind, es ist denkbar, dass wir nochmal Richtung 24.400 laufen, aber in diesem Niveau spätestens so ein bisschen Konsolidierung eintreten könnte, beziehungsweise auch schon vorher. In Richtung des Unterstützungsniveaus, und viel tiefer möchte ich ihn eigentlich nicht sehen als 24.100. Das ist dieser Bereich hier in etwa knapp, oder dieser graue Bereich, den wir hier schon des Öfteren mal eingezeichnet haben. Viel tiefer sollte diese Konsolidierung nicht ausfallen, um dann hier spätestens in diesem Bereich dann wieder den Long-Gedanken zu bekommen, in Richtung 24.400. Und alles über 24.400 wird dann etwas klarer, etwas eindeutiger für die Aufwärtsseite. Der Trendvorteil ist dann auch wieder klar auf der Aufwärtsseite. Diese Trendlinien wären dann gebrochen, die wir hier eingezeichnet haben. Auch diese etwas größere Trendlinie hier wäre dann gebrochen. Und es ist dann immer klarer für die Aufwärtsseite, und das würde für den DAX bedeuten, dass wir natürlich etwas Kraft nach oben finden können, und der Dow Jones entsprechend dann auch auf der Aufwärtsseite etwas stärker drücken kann. Sollten wir jedoch erneut unter den 24.100er Bereiche rutschen, dann wird es schnell wieder klar für den Dow Jones, dass die Abwärtsseite doch mehr den Fokus haben sollte. Und das wäre dann auch mein Gedanke, dass es dann denkbar ist, in den Bereich 23.800 zu rutschen, beziehungsweise wenn wir wirklich Schwäche haben und hier an die Vorwochentiefs ranlaufen, dann ist es schnell denkbar, dass wir hier auch neue Jahrestiefs ausbauen. Also aktuell bin ich zwar tendenziell eher so mit dem Bild Konsolidierung und danach weiter aufwärts. Das ist so eigentlich mein favorisiertes Bild, was ich erstmal so ein bisschen im Kopf abspeichere. Aber ich bin natürlich hier schnell. Ihr wisst das auch dann, wenn entsprechende Bereiche nach unten durchlaufen werden. Dann switcht sich mein Gedanke schnell um, dass ich dann eben schnell die Abwärtsseite hier im Fokus habe, beziehungsweise oberhalb von 24.400, dann etwas stärker die Aufwärtsseite in Betracht ziehe, Positionsgrößen eventuell trendmäßig ein bisschen nach oben fahre, die Aggressivität etwas steigere. Und auch hier werden wir natürlich in den Livestreams entsprechend dann immer auf dieses Big Picture hier im Dow Jones eingehen. Und im S&P sieht das Bild ähnlich aus. Und jeder, der sich hier jetzt nur die S&P-Analyse anschaut, sollte sich auf jeden Fall vorab die Dow Jones-Analyse anschauen. Denn generell ist hier das Bild ähnlich. Wir haben auch hier den Schlusskurs 2017, 2018 in diesem grauen Bereich hier. Und dann ist auch der S&P natürlich stark nach oben gelaufen. Etwas stärker als der DAX dann auch hier eben diese Konsolidierungsphase zu diesem langen, langen Aufwärtstrend, den wir ja hier im S&P haben. Wenn wir uns das dann auf Tagesschartbasis anschauen, haben wir diesen sehr langen, langen Aufwärtstrend. Dann hier dieser Rutsch nach unten ins Minus, ins Jahresminus. Und auch der S&P, der hat jetzt hier noch ein bisschen Stück Luft bis zu diesem Schlusskurs, Moment hier, bis zu diesem Schlusskurs Niveau 2017, Eröffnungskurs Niveau 2018, wo der DAX ja aktuell schon dran ist. Das hatten wir eben schon besprochen. Somit hier auch ähnlich wie im Dow Jones erstmal definitiv realistisch, dass wir diesen Bereich hier nach oben nochmal antesten könnten. Beziehungsweise ebenfalls im S&P, wenn wir uns hier diese Aufwärtsbewegungen immer mal wieder anschauen, also diese Intensität der Aufwärtsbewegungen in den vergangenen Wochen. Wenn wir uns das dann immer mal wieder anschauen, bevor dann eben eine nennenswerte Abwärtsbewegung, die wirklich eben dann auch handelbar ist, eben eingetreten ist. Dann sehen wir, dass die letzten Aufwärtsbewegungen gar nicht so stark waren oder beziehungsweise in einer ähnlichen Intensität waren, wie sie aktuell ist. Und wenn wir hier noch so ein Stück weit ransetzen, dann ist es eben denkbar, dass wir hier auf jeden Fall auch nochmal konsolidierend unterwegs sein könnten, bevor es dann gegebenenfalls weiter nach oben geht. Und das ist wie im Dow Jones, wie im DAX eigentlich so erstmal mein favorisiertes Szenario, denn ich denke, dass auch der S&P es schwierig hat, hier wirklich in einem Zug jetzt hier im Strich so weiter nach oben zu laufen, weil dann schaut mal, wie stark diese Aufwärtsbewegung ist. Nichts ist unmöglich, das ist definitiv an der Börse so. Aber man sollte hier auch immer darauf schauen, dass eben die Verhältnismäßigkeit da ist für bestimmte Bewegungen. Und auch hier, selbst diese lange Aufwärtsbewegung hat zwei Teile, einmal diesen, dann kam hier nochmal eine Konsolidierung und dann nochmal diesen zweiten Weg nach oben. Diese Bewegung, auch diese hatte eine Konsolidierung zwischendurch, dann hier zack, zack, zack. Und ähnlich sollte es jetzt eigentlich hier auch im S&P von Stadt hingehen beziehungsweise gehe ich erstmal davon aus, dass jetzt hier der S&P kurz vor einer kleineren Umkehr ist, vielleicht hier nochmal so ein Stück weit hochläuft und dann auch hier in den Bereich 2650 beziehungsweise würde ich hier fast sagen, dass der Bereich 2640 als nächstes Kernunterstützungsniveau durchaus angelaufen werden kann und dann hier endgültig gegebenenfalls einen Trendbruch zu vollziehen. Denn aktuell, hatte ich ja gerade gesagt, finde ich es eigentlich vom Bild her recht denkbar und wir sind hier wirklich auch schon an einer Grenze dran bezüglich der Trendlinien, dass der Markt hier definitiv eben die Aufwärtsseite so langsam einschlagen könnte und wir hier erstmal kurz nochmal bedingt durch dieses Widerstandsniveau, bedingt durch die Trendlinien halt diese kleine Konsolidierung sehen könnten, um dann den Weg nach oben erneut einzuschlagen. Wenn wir allerdings hier unter den 2650er-2640er-Bereich laufen, schaut mal, da hatten wir in der Vergangenheit auch des Öfteren hier so ein Hin und Her. Das ist so ein Bereich, wo der Markt sich sehr, sehr oft aufgehalten hat. Dann hier nicht mehr ganz nach unten, sondern nochmal nach oben weg gedriftet, aber auch hier exakt diesen Bereich nochmal getestet. Sollten wir hier runter laufen, dann wieder so ein bisschen vorsichtiger werden, weil ebenfalls erneut hier der Rutsch in Richtung des 2595er-Niveaus definitiv denkbar ist. Natürlich dann auch wieder die Aufwärtsseite, aber es ist hier denkbar, dass wir erneut so ein bisschen seitwärts tendieren, wobei hier dann eben auch schon die Abwärtsseite in Richtung, ja, ich sag mal 26.000, Moment, 2600 eben durchaus denkbar ist, beziehungsweise 2595, ja. Dann übergeordnet da unten erstmal mit Seitwärtsstrategien, ja, nicht Trendfolgend, sondern Seitwärtsstrategien hier vielleicht erstmal wieder ein Abpraller zu handeln, um dann eben übergeordnet und vom Trendvorteil unterhalb des Unterstützungsbereiches 2595 dann erstmal trendfolgend mit einem Vorteil auf der Abwärtsseite wieder die Abwärtsseite dann auch in Betracht zu ziehen mit dem Gedanken, dass wir dann definitiv realistische Chancen hätten, neue Jahrestiefs auszubauen. Wobei die kommende Woche jetzt prinzipiell in Amerika keine großartigen Feiertage hat, aber diese Bewegung aus dem aktuellen Kursniveau bis hier runter sehe ich jetzt nicht so als realistisch. Bis in den 2595er Bereich wäre durchaus denkbar, aber auch wenn wir hier diese Konsolidierung vielleicht sogar innerhalb von ein, zwei Tagen sehen, dass wir hier eine realistische Chance haben, in dieses Hochniveau hier im Bereich 2708-2715 in etwa, das ist so dieser Bereich, der hier wichtig wird, dass es da auch durchaus denkbar ist, dass wir hier hinlaufen. Also oberhalb von 2650 generell weiterhin Long mit dem Gedanken, dass man die Konsolidierung nach unten eben auch handeln könnte, aber übergeordnet eben der Bruch der Trendlinien und so weiter hier definitiv stattfinden könnte. Das hier der grobe Blick auf den S&P, Dow Jones ebenso. Wir werden natürlich auch auf den S&P im DAX Long oder Short, beziehungsweise primär dann auch in der US Opening Bill natürlich immer mal so ein bisschen eingehen. Wir gucken ja dort eigentlich mehr auf den Dow Jones, weil natürlich die Tendenzen und dann, wenn man jetzt den Dow Jones Chart und den S&P Chart nebeneinander legt, dann wird man sehr, sehr viele gleiche Punkte finden, auch in Bezug auf bestimmte Hochpunkte und bestimmte Tiefpunkte. Manchmal ist der S&P ein bisschen stärker, manchmal ist der Dow Jones ein bisschen stärker, aber die Kerntendenzen sind eigentlich in beiden Märkten gleich. Aktuell zumindest, das ist auch in den meisten Fällen so. Somit gucken wir dann mehr auf den Dow Jones als auf den S&P, aber wer eben mehr den S&P handelt. Und ich bin auch jemand, der eigentlich sehr, sehr viel den S&P handelt, dann ist natürlich das hier auch definitiv wichtig und eben auch wichtig zu betrachten. Kommen wir zum Euro. Der Euro ja in der vergangenen Woche dann endlich doch in den Unterstützungsbereich 1,19 gelaufen, beziehungsweise ganz, ganz knapp darüber. Ich hatte ja auch diesen Bereich immer wieder angesprochen, dass ich den Markt dort unten ganz gern kaufen wollen würde. Dass ich hier erstmal so ein bisschen vorsichtig war, was man macht, weil der Markt sich hier wirklich so ein bisschen shoppy verhalten hat. Man sieht das, dass, Moment, dass hier eben nachdem irgendwie hier auf 4 Stunden, auf dem 4-Stunden-Chart zum Beispiel immer mal dann irgendwie 1, 2, Moment, machen wir den Strich ein bisschen dünner, 1, 2 Kerzen mal ein bisschen rot waren, sofort eine grüne. Eine rote, sofort wieder grün. Eine rote, sofort wieder grün. Zwei, drei rote, sofort wieder grün. Also hier dieses Shoppy-Verhalten zur zweiten Wochenhälfte. Am Anfang eben erstmal Fortsetzung des Bruchs des 1,22er-Bereiches in Richtung des 1,20,50er-Bereiches in der vergangenen Woche. Das war ja da unser Ziel, dass dann hier eben nach einer kleinen Erholung eben die Reise nach hinten durchaus weiter fortgesetzt werden könnte. Hatten wir auch besprochen. Und dass dann hier eben dieser 1,19er-Bereich ein relativ wichtiges Unterstützungsniveau ist. Dieser Bereich angetestet wurde. Dieser Bereich auch erstmal in Richtung Norden verlassen wurde. Wir sind jetzt hier in etwa 60 Pips über diesem Unterstützungsniveau. Und somit wäre das Niveau 1,19 auch für die kommende Woche eigentlich für mich so das wichtigste Niveau. Und auch hier ähnlich in den anderen Märkten. Wir sind natürlich jetzt sehr, sehr weit, sehr, sehr scharf hier im Euro auf der Abwärtsseite unterwegs. Man darf nicht vergessen, dass wir hier in den letzten zwei Wochen aus dem 1,23, fast aus dem 1,24er-Bereich gekommen sind und aktuell im 1,19er-Bereich sind. Also 500 Pips, 5 Cent hat der Markt hier abgegeben, der Euro abgegeben. Das ist natürlich nicht so verwunderlich mit dem endgültigen Bruch mal hier dieser ewigen Seitwärtszone, dass hier erstmal eine etwas schärfere Bewegung eintritt. Aber wenn wir uns das jetzt hier auf Tagesbasis anschauen, sehen wir, dass hier dieser 1,19er-Bereich eben erstmal für Unterstützung sorgen sollte. Wir hatten vorher diesen 1,20,50er-Bereich als unterstützendes Niveau. Das war dann hier dieser Bereich, wo ich gesagt habe, das war dann das erste Ziel. Dann nochmal Erholung aus diesem Bereich und jetzt kam hier der Rutsch in das nächste Unterstützungsniveau. Das sind dann diese Hochs hier vorne, das ist hier diese Schiebezone, das ist dieses Hoch, das ist dieses Tief und dann hier haben wir das nächste Unterstützungsniveau. Und jetzt kann es aus diesem Bereich, und das wäre jetzt auch hier erstmal mein Kerngedanke, dass der Euro in Richtung 2050 zurückläuft. Also hier so ein bisschen sich erholender Natur weiter erstmal fortsetzt. Da müssen wir mal gucken. Ich würde hier schon mal schauen, Montag, Dienstag, je nachdem, dass der Markt erstmal so ein bisschen erholend sich bewegt, weil der 1,19er-Bereich unterstützend wirken sollte. Der kann natürlich auch nochmal angegriffen werden, um dann nach oben wegzuziehen. Aber die Kerntendenz wäre eben meiner Meinung nach erstmal so leicht auf der Aufwärtsseite zu sehen, dass der Bereich 1,20, 1,20, 30, 1,20, 50 angetestet wird. In diesem Bereich wären meine Gedanken dann erstmal wieder so ein bisschen in Trendrichtung des Ausbruchs auf der Abwärtsseite unterwegs. Erstmal wieder in Richtung 1,19 und dann müsste man mal gucken, wir haben hier diverse Tiefs dann immer noch in den nächsten Niveaus kommen. Das ist dann hier, was ist das, der 1,18, 50er-Bereich mit diesem Hoch, mit diesem Hoch, mit diesem Hoch, mit diesem Hoch. Also da ist es eben schon neue Bewegungstiefs denkbar. Aber erstmal denke ich nicht, dass jetzt hier so ein extremster weiterer Rutsch stattfindet. Dafür müsste der Euro-S-Dollar wirklich extrem schwach sein, weil wie gesagt, hier dann relativ zügig in diese Schiebezone, hier kommt so ein Hoch, hier kommen diverse Tiefs nochmal in den Bereich. Hier kommt ein Hoch, hier kommt ein Hoch, hier kommt ein Hoch, hier kommt so eine Schiebezone, hier kommt eine Schiebezone. Also dass hier dieser Bereich angetestet werden kann, aber aus diesem Bereich dann auch erstmal wieder so ein bisschen Erholung kommt und, na, das soll jetzt kein Kreis werden, Moment. Zack, also hier, ja, diese Hochs antesten, können wir auch nochmal eine Linie draus machen. Dann sieht man das ein bisschen klarer. Zack, dieser Bereich hier. Dass wir da reinlaufen, bedeutet leichte neue Bewegungstiefs, um dann wieder erst, mal so ein bisschen erholender Natur eben hier uns zu bewegen, je nachdem, wo dann hier auch vielleicht Tiefs ausgebaut werden, um dann hier, müssten wir schauen, wieder so ein bisschen erholend zu laufen, um dann vielleicht weiter nach unten zu gehen. Das könnte sich trendfolgend eben ereignen, ja, und das wäre auch erstmal so diese grobe Denkweise. Wenn wir allerdings, und da müssen wir wirklich auch drauf achten, weil der Euro in den vergangenen Monaten ja sehr, sehr shoppy war. Wir kennen das aus diesem Bereich, der war ja hier wirklich extremst nervig, bedeutete, dass ich eben auch meine Positionsgröße runtergefahren habe, sie dann jetzt langsam wieder hochfahre, weil der Markt eben erstmal in den letzten zwei Wochen wieder etwas stärker in Trendrichtung unterwegs ist. Die Volatilitäten wieder leicht zunehmen. Man sieht das hier unten in der ATR, dass hier wirklich in dieser Seitwärtsphase auf dem Tagesschart die Schwankung, die tägliche Schwankung hier wirklich nach unten ging und jetzt eben mit diesem Bruch, mit dieser neuen Aufnahme des Trends eben die ATR langsam wieder anfängt anzusteigen. Was hier hinten dann auch bedeutet, wenn man sich das eben mal abliest, dass diese durchschnittlichen Tagesschwankungen, sie waren glaube ich im Tief in etwa irgendwo bei 58 Pips oder sowas. Wir können das schauen, mal kurz angucken, wo wir hier im Tief waren. 55 in etwa oder 58 war jetzt hier das Tief und wir sind jetzt aktuell hier wieder bei 77 Pips durchschnittlicher Tagesschwankungen und da wird das Ganze natürlich auch wieder interessant, weil man einfach auch eine Chance hat, wieder etwas größere Bewegung mitzunehmen. Ja, wenn sich der Euro-US-Dollar am Tag nur 50 oder 60 Pips bewegt, dann muss man da auch erstmal schauen, dass man entsprechend große Bewegungen es überhaupt schafft, größere Bewegungen mitzunehmen. Wenn wir allerdings dann jetzt tendenziell vom Durchschnitt her wieder höher werden, ja, 75, 77, 80 Pips durchschnittliche Tagesschwankungen, dann ist natürlich die Chance, dass man am Tag im Daytrading hier etwas größere Bewegungen mal mitnimmt, natürlich etwas größer und auch im Swingtrading wird es interessanter, auch mal wieder etwas größere Swings dann entsprechend mitzunehmen, wenn die Volatilitäten steigen. Ihr wisst jetzt die Tendenzen, ihr wisst, dass wir hier oben diesen Bereich als sehr, sehr wichtig haben und was ich hier dann eben ansprechen wollte, ist noch, dass natürlich erst mal abwärts tendierend es in Richtung 2050 gehen kann. Da hat man gerade besprochen, dass ab hier dann eventuell wieder die Abwärtsseite eintreten könnte. Sollten wir uns allerdings etwas nachhaltiger hier dann über diesem 2050er-Bereich aufhalten, dann ist es schnell denkbar, dass wir hier oben diesen Ausbruch, dieses Ausbruchsniveau nochmal testen. Das ist dann entsprechend der 1,22er-Bereich. Würde dann bedeuten, dass ich aus dem Bereich 2050 in Richtung 22 auch durchaus die Aufwärtsseite erneut handeln könnte. 150 Pips bei einer durchschnittlichen Tagesschwankung von 77 oder 75 Pips, wie man es auch mal nehmen möchte, ist es denkbar, dass das hier eben dann zwei, drei Handelstage dauern könnte. Von der Schwankung an sich nur zwei Tage, 75 durchschnittlich, dann könnte natürlich 150 auch theoretisch in zwei Tagen abgearbeitet werden. Aber wenn man so ein paar Konsolidierungsphasen mit einrechnet, könnte das sich durchaus innerhalb von drei Tagen abspielen oder vier Tagen sogar. Also ihr wisst jetzt generell meine Denkweise. Hier drunter so ein bisschen Shopping mit leichter Möglichkeit, neuerer Bewegungstiefs beziehungsweise abwärts tendierend mit Ersttendenz Richtung 2050. Sollten wir nachhaltig hier drüber laufen, dann ist es denkbar in Richtung 22. Das ist so das grobe Bild zum EURUS-Dollar für die kommende Woche, wo ich dann eben natürlich auch in den Livestreams entsprechend darauf eingehen werde. Kommen wir zum britischen Fund. Hier ist es aktuell sehr, sehr eindeutig, ebenso wie im EURUS-Dollar, dass wir hier wirklich eine saubere Abwärtsbewegung haben und hier eben wirklich auch die letzten interessanten Unterstützungsniveaus jetzt hier schon angetestet worden sind. Und der britische Fund, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist eigentlich mehr abwärts tendierend unterwegs und ich habe jetzt hier fast gar nicht so den Fokus, dass man hier jetzt nachhaltig so eine Aufwärtsbewegung handeln sollte, ähnlich wie es im EURUS-Dollar ist. Da würde ich es gegebenenfalls machen. Natürlich läuft von der Kerntendenz der britische Fund ähnlich dem EURUS-Dollar. Also wenn jetzt hier der EURUS-Dollar eben nach oben laufen sollte, ist es natürlich auch denkbar, dass hier der britische Fund nach oben läuft. Aber wir haben hier eigentlich dieses letzte oder die letzten Hochs jetzt hier gerade getestet. Und wenn wir hier schnell Schwäche sehen, Moment, zeige ich Ihnen nochmal ein, das wäre hier im Prinzip dieses Hoch, ist im Prinzip schon getestet hier mit diesem Bereich. Auch dieser Bereich hier, da waren wir jetzt sogar schon drunter. Sollte jetzt hier relativ zügig Schwäche eintreten, dann ist hier vorne dieser Bereich eigentlich als nächstes Ziel denkbar. Und wenn man sich den hier nach drüben zieht, dann haben wir da noch ein bisschen Luft nach unten. Ja, also hier relativ schnell nochmals neue Bewegungstiefs auch denkbar. Aber dann sollte hier eigentlich auch so ein bisschen eine Erholung stattfinden. Aber ich würde fast sagen, was ich jetzt im EURUS-Dollar eigentlich nicht sehen möchte, dass wir hier nochmal nennenswert neue Bewegungstiefs ausbauen, dass es im britischen Fund denkbar ist, dass wir hier nochmal, Moment, nehmen wir den Strich ein wenig kleiner, dass wir hier vielleicht nochmal neue Bewegungstiefs ausbauen, aber dann schon erstmal so ein bisschen Erholung sehen sollten in dem Bereich 1,36. Und auch hier wäre es dann nicht verwerflich, wenn wir etwas stärker nach oben uns erholen in 1,38. Wir haben hier eben entsprechende Tiefs, die man sich dann anschauen kann als Zielbereiche aus dieser Schoppy-Bewegung. Aber wenn man sich hier mal die letzte Abwärtsbewegung anschaut, die sehr, sehr scharf war, eine der stärksten Abwärtsbewegung definitiv in den letzten Monaten, dann ist natürlich eine Erholung, die muss nicht hier wieder in neue Allzeithochs gehen, aber eine generelle Erholung von wenigstens so 33, vielleicht 50 Prozent wäre hier schon nicht so verkehrt und immer noch schartechnisch, wenn wir wirklich einen Trendwechsel sehen, immer noch schartechnisch sauber. Ja, also der Bereich 1,38, wenn wir jetzt hier ranlaufen, wäre aus schartechnischer Sicht, wir haben ja definitiv hier einen Trendbruch, spredestens mit dem Bruch dieser Tiefs, also dann die Abwärtsseite, die Aufwärtsseite und dann könnte es hier natürlich ganz, ganz übergeordnet weiter nach unten gehen. Ja, aber das ist wirklich ein Gedanke, der jetzt nicht für die kommende Woche im Raum steht, denn hier kommen noch diverse Unterstützungsniveaus. Wir haben zwar hier in den Fundamentals dann am Donnerstag diverse, also Zinsentscheidungen zum Beispiel in England und so weiter, da kommen wichtige Punkte raus, aber nichtsdestotrotz sollte jetzt für die kommende Woche hier so eine scharfe Reise nach unten eigentlich meiner Meinung nach nicht stattfinden, aber man muss mal gucken, etwas vorsichtiger sein im britischen Fund, im Euro ist für mich persönlich das Bild in Anführungsstrichen so ein bisschen klarer. Hier müssen wir mal schauen, ob wirklich diese Tiefs kommen oder dann eben hier, man kann sich das auch gerne auf dem Stundenschart anschauen, da sieht man, dass eben in untergeordneter Ebene, was ja der Stundenschart ist, Moment, der Fall sollte da nicht sein, dass wir hier eigentlich relativ sauber, egal wo man jetzt hier anfängt und auch eigentlich fast egal, auf welcher Zeitebene man jetzt hier irgendwie rumzeichnet, dass hier eben definitiv fallende hochs und fallende Tiefs an der Tagesordnung aktuell sind und ich würde hier wirklich darauf warten, dass der britische Fund ganz klar, das kann noch ein, zwei Tage dauern, wirklich eine Sequenz, erstmal müssen die letzten Hochs überschritten werden, viel besser noch der 1,36er Bereich, dass man hier vielleicht erstmal so ein bisschen rüber geht, dann hier eben nochmal ein Tief ausbaut und dann eben anfängt hier eine Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs ausbaut. Also etwas konservativer handeln, jetzt nicht hier in diesem klaren Abwärtstrend permanent versuchen hier irgendwie das Tief zu erwischen in Richtung 1,38, sondern hier wirklich den Markt sich erstmal so ein bisschen auspendeln lassen. Es sollte sich hier so eine Bewegung in irgendeiner Art und Weise zeigen und dann hat man immer noch genug Zeit und genug Puffer, hier dann die Aufwärtsseite zu handeln. Ja, da wird es auch noch, denke ich, diverse Möglichkeiten geben hier dann, wenn der Markt überhaupt die Stärke findet und nicht schon weiter nach unten weg bricht, dass man hier dann noch die Aufwärtsseite handelt und zu dieser großen dann Abwärtsbewegung hier, die wir ja gerade auf dem Tagesschart eingezeichnet haben, einfach hier diese Erholung, schartechnisch ganz sauber, irgendeiner Art und Weise in der Woche zu handeln, um dann vielleicht hier aus diesem Niveau die nächste Abwärtswelle zu handeln. Aber das könnte sich in der kommenden Woche eben abzeichnen, beziehungsweise das wäre so ein Gedanke meinerseits, dass in irgendeiner Art und Weise sowas denkbar ist, beziehungsweise dass es auch denkbar ist, dass wir einfach weiter neue Tiefs, neue fallende Tiefs und neue fallende Hochs erstmal ausbauen und dann müssen wir schauen, ob das hier eben oben weitergeht. Sprich, ich würde erstmal vorsichtig zwar mit der Abwärtsseite sein, kleine neue Tiefs ist durchaus denkbar, das wäre eigentlich mein favorisiertes Szenario, dass eben der Markt in eine Erholung übergeht und sollte es aber allerdings hier so langsam weiter nach unten bröckeln, bin ich erstmal vorsichtig und lasse glaube ich den Marktmarkt sein. Gut, das zum Euro, zum britischen Fund, kommen wir zum Gold und Gold ist ähnlich wie der britische Fund, so ein bisschen, ja für mich sowieso shoppy-schartechnisch ganz klar. Wir haben hier diesen 13.05er Bereich nach unten erneut getestet, sind erneut aus diesem Bereich nach oben gekommen. Für mich persönlich ist es allerdings so ein bisschen blöd, weil ich habe hier natürlich, ich habe nicht natürlich, sondern ich habe ja hier noch eine Long-Position, die eigentlich da drauf angesetzt war, dass der Markt hier oben dann eben wirklich Stärke beibehält und dann hier eben auf ganz, ganz großer Ebene nach oben ausbricht. Also dieser verhältnismäßig relativ große Stop, den ich hier habe, Moment, hier vorne war schon dieser Einstieg auf der Long-Seite, der Stop liegt aktuell, also das ist wirklich ein lang angesetzter Swing-Trade, der Stop liegt hier unten. Meine Positionsgröße ist entsprechend dann eben so klein, dass diese Bewegung ja trotzdem nur ein kleiner prozentualer Teil meines Kontos ist, ja das darf man nicht vergessen, auch wenn in Dollar dieser Stop hier relativ groß aussieht, aber wenn die Positionsgröße entsprechend viel, viel kleiner gewählt wird, ist ja das in Dollar oder in Euro erreichte eventuelle Minus dann eben trotzdem ja nicht so groß. Aber ich habe hier prinzipiell auf jeden Fall noch eine Long-Idee im Markt laufen, allerdings ist eben gerade auch in der vergangenen Woche und davor der Markt hier wirklich sauber, ähnlich wie im britischen Fund eigentlich auf der Abwärtsseite tendierend, ja und gerade wieder in so einer kleinen Erholungsphase allerdings nur an die letzten Tiefs ran. Also es kann hier durchaus sein, dass wir schnell in meinen Stop laufen und weiter nach unten laufen, somit sind wir auch hier in diesem 13-13-13-15er Bereich, ja auch dieser 16er Bereich, das ist hier eigentlich für die kommende Woche so ein bisschen das entscheidende Niveau, denn die Kernseitwärtsphase, die wir hier in den letzten Monaten eigentlich gesehen haben, ist eigentlich im Kern nur in diesem Bereich hier so 13-13, ja. Darunter hatten wir immer mal so kurze Ausreißer, das wir auch hier in der vergangenen Woche wieder kurz hatten, aber die Kernmusik spielte eigentlich eher hier in diesem Bereich, ja. Zack, na, nein, Moment, sollten ja Pfeile sein. Spielte ja eigentlich mehr in diesem Bereich, ja. Und somit sind wir jetzt da wieder drin, somit durchaus denkbar, dass wir jetzt hier eben eine Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs auch hier dann eben beibehalten, was vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig auch zu dem einen oder anderen Long Trade führen könnte, allerdings, solange wir unter 13-35 bleiben. Und das ist eigentlich so der Bereich, den wir in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder angesprochen haben. Das ist dieser Bereich in etwa die Mitte dieser langen, langen Seitwärtszone. Wir hatten immer wieder unterhalb dieses Bereichs vom vorsichtig genannten Trendvorteil eigentlich eher immer auf der Abwärtsseite gesehen, ja, dass hier immer wieder eben eher die Abwärtsseite interessant ist unterhalb dieses Bereiches 13-35 als die Aufwärtsseite. Und erst wenn wir darüber kommen, der Trendvorteil, wenn man überhaupt von einem Trendvorteil in einem Seitwärtsmarkt sprechen kann, allerdings ist ja dieser Seitwärtsmarkt wirklich auf übergeordneter Ebene und natürlich auf Tagesbasis sind dann schon hier immer mal wieder Trends eingetreten. Und wir hatten dann auch oberhalb dieses Bereiches 13-35 des öfteren die Long-Seite auf dem Schirm und wir hatten unterhalb dieses Bereiches des öfteren die Abwärtsseite auf dem Schirm. Wir sind aktuell weiterhin unter 13-35. Somit sollte man hier an entsprechenden Widerständen auch vorsichtig sein. Es kann sich schnell wieder nach unten bewegen. Und somit ist hier eben erstmal zwar der kleine vorsichtige Danke weiterhin einer weiteren Erholung, solange sich hier auf untergeordneter Ebene weiterhin steigende Hochs und steigende Tiefs im Prinzip ausarbeiten. Soweit aber hier wieder auch untergeordnet ein Trendbruch stattfindet, ist eben der Rutsch nach unten erneut denkbar. Und dann auch der Rutsch nicht nur in den 13-05er Bereich, sondern auch der Rutsch in den 13er Bereich, also 13-100er Bereich. Das ist wirklich ja auch eine psychologische Marke. Und dann sind wir schnell in meinem Stopp, der knapp unter 13-100 liegt. Das ist aber mein Problem, nicht euer Problem, sondern eben generell charttechnisch ist es dann denkbar, dass hier eben die Reise nach unten schnell stattfindet. Und man darf im Gold nicht vergessen, wenn wir uns das Ganze auf dem Tagesschart nochmal anschauen, dass diese letzte Aufwärtsbewegung hier wirklich sehr, sehr sauber vonstatten ging. Wir sind trendtechnisch generell ganz übergeordnet, wir sind jetzt hier auf einem Tagesschart, sind wir hier erstmal 2017, auch Ende 2016 gestartet, 2017 aufwärts gerichtet, dann eben hier eigentlich primär 2018 in dieser Schiebezone. Und mein Gedanke auch für meinen Swing-Trade war ja, dass jetzt hier diese Schiebezone dann einfach auch trendfolgend nach oben verlassen wird. Das war ja so mein Kerngedanke. Aber hier diese letzte Aufwärtsbewegung, die ging einfach auch sehr, sehr sauber vonstatten. Was auch gerne bedeuten kann, dass diese letzte Aufwärtsbewegung hier auch schnell erst mal wieder zurückerobert werden kann. Das kann relativ zügig gehen, weil es oft bedeutet, dass eben schnelle Bewegungen in der Vergangenheit auch schnelle Bewegungen in der Gegenrichtung eben bedeuten. Und das haben wir im Gold eigentlich prinzipiell auch gerade im vergangenen Jahr gesehen. Also wir haben relativ schnelle, saubere Bewegungen gesehen. Bewegung auf der Aufwärtsseite sauber, Bewegung auf der Abwärtsseite sauber. Aufwärtsseite sauber, Abwärtsseite sauber. Aufwärtsseite sauber. Jetzt war es hier mal so ein bisschen schoppy, aber auch nicht so unsauber. Und dann sind wir hier sauber wieder aufwärtslaufend gewesen. Erst jetzt, 2018, wurde das hier so ein bisschen blöder, so ein bisschen mehr schoppy. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass wenn wir wirklich hier unter 1300 rutschen, dass es relativ zügig möglich ist, dass wir in den 12.050er Bereich runterknallen. Das ist jetzt nichts für die kommende Woche, aber einfach mal um das übergeordnete Bild so ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Und eigentlich, ich es erst mal bevorzugen würde, wenn der Markt sich hier so ein bisschen leicht aufwärtszendieren weiter bewegt, um vorsichtig die Aufwärtsseite zu handeln. Und sobald die ersten Anzeichen kommen für die Abwärtsseite, dann erst mal hier unterhalb von 13.35 weiterhin auf irgendeine Weise auch immer mal wieder die Abwärtsseite zu handeln. Aber mit etwas Vorsicht. Wir sind in einer Seitwärtszone und ich bin hier, ihr wisst das, in den letzten Wochen auch immer vorsichtiger im Gold geworden. Ich denke, dass sich das Bild, das schadtechnische Bild dann auch hier definitiv in 2018, aber dass sich das hier auch demnächst dann erst mal wieder so ein bisschen klarer zeigt. Aktuell ist eben auch Gold nicht zwingend mein bester Freund. Kommen wir mal zu den Ölen. Rent und WTI ja meistens hier in den Analysen zusammengefasst, weil die Tendenzen in beiden Ölsorten natürlich gleich sind. Schadtechnisch haben wir immer mal so kleine Differenzen, aber wir hatten in der vergangenen Woche angesprochen, dass definitiv hier dieses Unterstützungsniveau um die Marke 72.40, diese Linie hatte ich ja gestern in der vergangenen Woche, wir hatten die Analyse am Dienstag glaube ich gemacht, etwas verspätet, die Tradingwocheanalyse. Also ich hatte gesagt, dass der Unterstützungsbereich 72.30, 72.40 hier wirklich wichtig wird. Wenn wir drunter rutschen, ist es schnell denkbar, dass wir hier das nächste Unterstützungsniveau um die Marke 70.50 in etwa erreichen können. Der Markt hat dieses Unterstützungsniveau weiterhin als Unterstützungsniveau gesehen, ist dann wieder stark gestiegen. Das war ja auch denkbar, dass wir hier auf jeden Fall sogar noch die Chance gehabt hätten, in das Bewegungshoch oder an das Bewegungshoch ranzulaufen und dass wir auch neue Bewegungshochs ausbauen können. Das hat dann WTI auch getan. Wir haben hier neue Bewegungshochs ausgebaut. Wir haben weit auch hier dieses Unterstützungsniveau natürlich im WTI dann von den Kursen her etwas anders, 67.40 hier auch hier genutzt, um die Aufwärtsreise erneut anzusetzen, dass wir hier neue Bewegungshochs sehen und somit natürlich auch hier in der kommenden Woche erst mal die Aufwärtsseite weiter interessant wird. Im Brand und auch im WTI in beiden Märkten weiterhin neue Bewegungshochs denkbar. Im Brand ist es das Unterstützungsniveau 73.80 in etwa, was erst mal oder Kurse oberhalb von 23.80 hier weiterhin, Moment, machen wir den Strich ein bisschen, weiterhin eben für Aufwärtskurse sprechen. Also selbst wenn wir so ein bisschen hier konsolidieren, dass eben die Aufwärtsseite weiterhin denkbar ist. Erst wenn wir hier da runter wieder rutschen, ist eben hier diese Seitwärtszone, die wir dann erst mal hatten. Natürlich wieder so ein bisschen vorsichtig. Dann ist auch eine Reise in das Unterstützungsniveau hier definitiv denkbar. Erst wenn wir da drunter rutschen, das nachhaltig, nicht nur irgendwie hier auf dem 4-Stunden-Chart oder auf dem Stunden-Chart, mal kurz mit so einem doch, dass man sofort hier auf den roten Button drückt und short, 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 short. Das nicht vorsichtig, sondern eben hier wirklich abwarten, vielleicht eben wirklich ein 4-Stunden-Schlusskurs mal unter diesem Bereich ist oder sogar ein Tagesschlusskurs unter diesem Bereich. Und dann ist es denkbar, dass wir hier in dieses Unterstützungsniveau dieser alten Hochs laufen. Das ist so der 70er-Bereich in etwa, knapp darüber, dass diese Reise definitiv denkbar ist. Aber erst unter dem Unterstützungsniveau um die Marke hier 72,50 in etwa, 72,40, 72,50 und dann eben hier der Rutsch in dieses Niveau. Aus diesem Niveau wäre es dann eben übergeordnet wieder denkbar, dass der Markt erneut anfängt, Stärke zu finden. Aber das ist auch für die kommende Woche, dass er erst mal diese ganzen Dinge abarbeitet, auch etwas meiner Meinung nach unwahrscheinlich. Erst mal sind wir klar weiter long. Somit würde ich hier auch etwas aggressiver weiter, so ein bisschen auf der longen Seite bleiben. Rutschen wir hier drunter, dann erst mal vorsichtig, weil wir hier diese Shopee-Schiebezone haben, zeigen wir Schwäche. Ihr wisst, dass ich ja dann auch hier, wenn der Markt Schwäche zeigt, natürlich auch mal so einen Bruch nach unten antizipiere, um dann eben bei einem eventuellen Rutsch in dieses nächste Unterstützungsniveau 70,50 hier oder 70,60 in etwa dabei zu sein. Das mache ich ja dann schon mal. Wenn das allerdings nicht so funktioniert, werde ich auch sofort wieder vorsichtig. Ihr kennt das von meinen Handlungen in den Livestreams entsprechend. Wobei wir in den letzten Wochen, bedingt durch die Seitwärtsphase, hier eben eher etwas vorsichtiger waren in den Ölen und hier gar nicht so aggressiv gehandelt haben. Und ähnlich ist eben die Analyse hier auch im WTI. Wir haben hier ebenfalls dieses entscheidende Unterstützungsniveau im Moment in etwa schadtechnisch nicht ganz so sauber zu erkennen. Aber es ist so der 68,70, 68,80er Bereich. Wenn wir drüber bleiben, sehen wir, dass hier eben der Markt weiter long sein kann. Wenn wir runterrutschen, haben wir auch hier diese Schiebe-Seitwärtszone. Und wenn wir hier nach unten dann brechen sollten, ist es auch hier so, dass diese letzten Hochs, die hier eben schon eingezeichnet sind, durchaus erreichbar sind. Ist dann so der 66,50er Bereich hier im WTI. Somit das die Analyse für die Öle, das generell die Trading-Wochen-Analyse für die Kalenderwoche 19, für die Handelstage 7.5. bis 11.5. mit dem Feiertag am Donnerstag, mit dem eventuellen Brückentag für den einen oder anderen Händler am Freitag. Also hier wieder generell in Deutschland definitiv vorsichtig. In Amerika kommt Bewegung, also Öle und Währungen werden wahrscheinlich ganz normal laufen. Es wird kaum merkbar sein, dass wir hier vielleicht Donnerstag in dem einen oder anderen Bundesland einen Feiertag haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch Good Trades und Megatrading. Wir hören uns definitiv in den Livestreams hier auf dem YouTube-Kanal und auf dem Guidance-Desktop von JFT Brokers definitiv in der kommenden Woche wieder täglich zu den Livestreams. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao!